Servus und hallo zum Monster Truck Championship. Wir sind mittlerweile im wievielten Event im Mustang Mittel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Im siebten Event. Geil. Hier haben wir Drag Race Race Freestyle. Was kostet uns der Spaß? 12.500. Ja. So, hoffentlich wird es nicht wieder so kacke das Drag Race wie das letzte. Okay, Standard, oder? Ja, Moment. Ja, Standard. Standard Drag Race. Skill Shot. Wunderbar. Ja, einmal. Spiel start. Spiel start. Spiel start. Spiel start. Spiel start. und da komme ich warte so gar nicht im vergleich zum letzten drag race war das jetzt quasi geschenkt das war jetzt wirklich geschenkt das wird alles andere als geschenkt werden erst mal eine runde fahren nur damit wir die strecke kennenlernen der will mir schon wieder zerlegen sagt er eine runde fahren zum strecke kennenlernen und ich kann ihnen sagen kansas city ist definitiv bereit für einige monster trucks denn das stadion ist buchstäblich vollgestopft du fährst hierhin du hierhin du möchtest blockieren die strecke nicht so schön den hat es zerlegt den hat es zerlegt scheiße mich auch ich sag erstmal in ruhe strecke kennenlernen wir haben ja drei runden sehe ich gerade hier wird es auch recht zu runter gehen waren aber alle geradeaus warum neustart das ist ja das ist ja chaos hier ich kann ihnen sagen kansas city ist definitiv bereit für einige monster trucks der das stadion ist buchstäblich vollgestopft aber im vorteil wenn ich die erstmal alle vorfahren lassen nein eine keilerei hier junge weißt du dass das kaputt wird sich wir sollen das jemals wieder aufholen warum geht es hier runter wo geht es hier hin das bringt überhaupt nichts was ist denn das für ein kack rennen und dann muss ich drei runden fahren ich kann ihnen sagen kansas city ist definitiv bereit für einige monster trucks denn das stadion ist buchstäblich vollgestopft hierhin 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 du blockierst mich nicht wieder der rodriguez ne immer ist es immer der rodriguez jungen was ist mit ihr verkehrt die gesehen wie man die vollgasse rein schluss daher kann man geschwindigkeit Hier kommen die anderen dann raus. Start, ok. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Voll verkackt schon wieder. Leute, so wird das nix hier. Wies einen zerlegen. Wahnsinn. Oh du Arschloch. Ich kann ein bisschen ein Gefühl für die Strecke bekommen. Ich bin eh fast letzter, oder? Was bin ich denn? Letzter? Wahrscheinlich war ich letzter. Okay, bin letzter. Das ist nicht mehr aufzuholen. Ich kann Ihnen sagen. Ja, ja, ja. Kann der auch was sagen. Aber wie schön die Grafik ist. Vor allem wie das Auto immer mehr und mehr dreckig wird. Was schade ist, oder was ich nicht weiß wie es geht, wie man die Lackierung anpassen kann. Also die grünen Hände, wo ihr drauf habt, die Reaktion irgendwie strau. ist buchstäblich vollgestopft. Aber die Lackierung wird ja nur so lange bleiben, bis wir schönere frei haben. Da gespielt haben. Boah, Leute. Okay, das war jetzt einfach Chaos. Warum rutschen? Der Wagen jetzt so wie blöd der DHX liegt. Nein. Scheiße. Nein. Scheiße. Scheiße. So. Und... Der fährt wieder links runter. Meine Chance mit freier Strecke, hier alles zu verkacken. Hier ist er. Jawoll. Ach Gott. Ich habe nur eine Runde. Scheiße. Ich habe mich voll gefreut schon. Jetzt wird es... Ich schaffe es bestimmt nur, dass ich es voll verkackt in der Runde jetzt. So zum Beispiel. Ich höre es doch schon hinter mir. Ich höre es doch schon hinter mir. Ja. Er rutscht halt. Ziemlich hier. Ja. Keine Chance. Keine Chance auf dem ersten Platz. Nein. 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 Das war knapp. Im Rückwärtsgang durchs Ziel. Sehr knapp. So. Scheiße. Hier war... Ja. Hier waren wir Zweiter. Klar. Freestyle. Wie viel brauchen wir? 120. Ich habe zwei Minuten Zeit. Das sollte zu machen sein. Was für eine Festie hier. Fantastische Kontrolle über den LKW. Ja. Fantastische Kontrolle. Schaut anders aus. Ja. Hier erstmal wieder Punkte. Aufsammeln. Stell dich auf. Okay. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Ein unglaublicher Marrow. Das ist zum Schaffen. Und wir haben einen neuen Leader. Eine solide Leistung. 30 Sekunden. Aber noch. Das Event ist doch geschenkt, oder? Was für ein Geschwindigkeitsdäfer. 318.000 Punkte. Alles klar. Ja. Ähm. Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm. Das waren jetzt nur drei Minuten. Das habe ich an die letzte Folge drangeschnitten. Habt ihr ja schon gemerkt. Ähm. Es ist manchmal ein bisschen chaotisch. Ich weiß halt immer nicht, wie ich das schneiden soll und so. Beziehungsweise ich weiß ja nicht vor der Aufnahme, wie lange das ich brauche. Ob ich jetzt spontan wieder mal eine Stunde brauche. Oder ob es in zwei Minuten vorbei ist. Kann alles sein. Äh. Das war es jetzt jedenfalls. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.